Guten Tag, hier haben wir nun ein 2012 Chevrolet Camaro 2LT 45th Anniversary Edition. Limitierte Edition des Camaros mit der 6 Zylinder Maschine. Sehr voll ausgestattet, tolle Felgen, das RS Paket ist mit inbegriffen, das heißt, wir haben 20 Zoll, wir haben Xenon, haben einen Heckspoiler und innen haben wir eine Lederausstattung. Fahrzeug mit Automatik. Springt ganz hervorragend an. 12.900 Meilen. Bestickung. Kein Schiebedach. Schöne Einlagen hier. Boston Premium Sound System. Ja. Das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020